und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge das schwarze auge der warbase ja freut sich hier neben mir wir noch eine runde auf schnell und ja folgen der schönen nur die jetzt um fisch wirkt klingt komisch ist aber so na dann ich frage mich warum die landesquenzen zu lange dauern nuri hallo sag mal nuri hat er dir den fisch gegeben ja sicher hier hast du ihn wir haben noch ein bisschen geplaudert worüber denn ach über dies und das kannst du dich bitte noch einmal mit dem kerl im badehaus unterhalten aber du musst nicht gleich wieder zu ihm in die wanne steigen keine sorge ich mache das doch gern ich meinte nur ich liebe es zu wagen immer wieder ja okay gut die ist nicht so ganz vertraut mit dem menschlichen sitzen und gewohnheiten so dass ich wahrscheinlich ein wenig mehr schämen dabei aber okay so wie gehen wir mal zurück in das badehaus vielleicht können wir jetzt jetzt hier den fisch unter die nase reiben und dann hering kann sie in den arsch schieben alles klar okay hatte ich nicht vor können wir den eventuell auf schützen viel besser die gräten stinken auch nicht so erbärmlich hat er so die gräten genommen an solchen haken hängen die nostria angeblich ihre seizer rehen zum ausdünsten auf okay kannst du damit irgendwas diese haken scheinen nicht dafür gedacht irgendetwas daran aufzuhängen diese haken ja okay ich würde eigentlich moment die fischgräte die kann ich mit den arsch schieben gut okay bei gelegenheit mache ich das dann nein was soll ich denn jetzt soll ich damit der kräter ich könnte theoretisch alles in brand gesicht verzeihung ja es ist sehr schwer wir können keine angel bauen oder sowas den fahrten haben wir ja nicht mehr man scheint hierzulande eine vorliebe für haken zu haben die sache muss doch einen haken haben nur ich sag mal nur ich glaube es ist nicht intelligent nur ich kann ich nach draußen schicken ich kann sie sich um fisch kümmern lassen bin gleich zurück geht anscheinend alles nicht so wirklich so dann probieren wir mal mit dem typen zu reden der will aber geld haben hat er gesagt warte mal warte mal ist der jetzt noch besoffen ich will nicht rein bist du denn noch besoffen betrunken euch nehm ich stark an das heißt dass er besoffen ist hey der ist ganz woanders vielleicht auch besser so ok dann gehe ich aber kurz zu dem jahre hier brauchst du was hallo jahre was ist denn mit dem da hinten los dem suffkopf orkischer fiebertraum schnaps das beste gesöff um alles zu vergessen was kann zum bekaufhammer haren heißt kaufmann haren ja der allseits geliebte ehrenwerte kaufmann haren seine geschäfte haben stets zwei seiten auf der einen stehen die nutznießer auf der anderen liegen die leichen und was macht er genau irgendwann fing er an eigenartige steinfiguren an alvin arauken zu verkaufen den könig der unterwelt hat sich eine goldene nase damit verdient seitdem mischt er im schmugglergeschäft mit aber was er wirklich will weiß niemand ganz genau denn er verlässt niemals sein schiff gut also kämpfen wir dann morgen gegen den könig der unterwelt oder so wo finde ich haben du hast aber was vor mein freund das ist meine sache natürlich sein schiff terburnera liegt im hafen bis später das wissen wir auf deinen rücken acht da kommen wir ja nicht hin ohne das formular in goswins haus kommen wir auch nicht und sonst habe ich hier nichts kann ich eventuell die statue mit dem haken umruppen einfach so keine zeit für experimente ja habe ich mir schon was gedacht soll ich denn mit einer fischgräte ich brauche noch schnaps die frage ist natürlich wo hat der typ den schnaps her das ist ja nur ein badehaus aber wo halt neben die typen jetzt schnaps her der in am pier will ja auch noch schnaps von mir haben da liegt der wird schon wieder ich komme ja auch nirgendwo weiter hier ist der komische ball mit da könnte ich doch theoretisch mal den haken drüber werfen macht er wirklich das wollte ich schon immer mal machen natürlich zu machen dass auch die leute in der stadt die schwingen sich einfach ins nächste gebiet alles klar ok gut leute in der stadt auch nicht schlecht hängematte was aber dann hier nimm da erstmal mit neue gegend erstmal wieder alles klauen ist ja typisch kragen muss ich jetzt allein sind überall nicht so weit weg wie soll ich daran kommen wir haben auch gerade keine heilungszauber mehr weil nur nicht mehr bei uns ist noch eine versteinerte kreatur also wahrscheinlich ganz in der nähe von dem das ist kein kleines handfass ist ein ork schädel beunruhigend ich finde die versteinerten tier so wesentlich beunruhigend aber ok versteinerte hase die katze komme ich nicht ran den frosch muss ich auch noch holen da haben wir noch ein regal bolzen ok wie soll ich daran kommen weiß nicht wieso hast du das gerade getan du musst doch wissen was du tust glaub ich wir haben noch messer schlauch das kann man alles nicht nützen kann ich vielleicht hängematte hier irgendwie damit reiße ich noch das ganze regal um das sollst du ja auch tun so dumm dass es kein kleines handfass ist was mache ich mit dem fass ich hasse es nicht keine zeit für sowas ja ok dann lass mal das halt mal gucken wo es jetzt hier hingeht ich hoffe wir kommen jetzt nicht ganz zurück schwarzer nadebildschirm doch wir kommen zurück das heißt moment ich könnte mal versuchen das ist zwar ziemlich dämlich weil die katze versteinert ich werfe jetzt einfach mal die frischgräte in das fass vielleicht nein oder ich lasse es bleiben und lege sie wieder ins inventar gut wir könnten zapf zapf warte mal natürlich das ist ein bierfass was auch sonst komm wir hier einmal saufen dafür suche ich mir lieber einen anderen behälter etwas das sich verschließen lässt was was sich verschließen lässt ja wie wärs denn mit dem Wasserschlauch das trinke ich lieber selbst jetzt hab dich nicht so so viel besser wir haben sonst nichts ok hier oben Wasserpfeife die Wasserpfeife wie gut wer macht es schon der Wasserpfeife mit sowas voll noch fließt kein Schnaps erst muss ich den Zapfhahn in das Fass schlagen hast du den Zapfhahn nicht gerade in das Fass reingeschlagen bin ich blöde Zapfhahn ins Fass hat er noch nicht reingeschlagen nimm ein Messer und schlag es mit dem Kopf kann man das überhaupt zerschneiden du sollst das Messer nehmen wie komm ich denn da hoch Moment kann ich vielleicht mal so angenommen ach was ich muss das Ziel im Auge behalten du hast gleich was im Auge wenn du hier nicht irgendwas machst damit reiße ich noch das ganze Regal um ok der kriegt das anscheinend nicht hin ach vielleicht hätte ich dem Typen ja das Fischernetz geben das wurde sicher alles ja eine Hängematte wir müssen noch wir müssen noch die äh frau einversicht einfach süchtig machen deswegen haben wir die Nuria zum Baden geschickt wir müssen auch mal kurz schauen ob wir jetzt mit den neuen Gegenständen die wir bekommen haben eine Fischernetz und ein damit werden wir bestimmt nicht reißen können das ist kein Fischer das ist Hängematte was mach ich mit einer Hängematte 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 ja ok gehört mir nicht Kindchen wollen wir mal den Fisch nochmal ach den hatte ich kann sie in den Arsch schieben ja stimmt den konnte ich mir in den Arsch schieben ok sag mal Nuri Nuri würdest du nochmal kurz rauskommen jetzt reicht es wieder steig aus dem Becken mach es gut Bademeister musst du etwa schon gehen Mäuschen sieh ihr ja nicht hinterher ach ja so ok wir gehen mal wieder raus lassen den da mal im Bad sitzen und gehen Nuri hinterher vielleicht haben wir und plötzlich wurde alles dunkel und es gab kein Lachen mehr und keine Farben aber ich weiß nicht mehr warum ich habe alles vergessen die Nuri scheint auch ihre Stimmungsschwankungen zu haben mal als Hitze fröhlich aber auch nicht sag mal Nuri Nuri ich kann sie nur zum Baden schicken ok das bringt mir nix sonder ich schicke sie einfach mal rein kannst du dich bitte noch einmal mit dem Kerl im Badehaus und da aber du musst nicht ja Nuri steigt gerne die Wanne ok kann ich vielleicht dem Typen irgendwas geben vielleicht gebe ich dem einfach die Fischgräte hier guck mal darfst du auch Fisch mein Freund setz den Löffel manchmal vermisse ich die Zeit meiner Jugend streiche ok ähm ne Hängematte nein was soll das auch bringen kannst du die da mit erwürgen äh Heucherhaken ich behalte den Diebstahl besser für mich ich hab's nochmal geklaut wieso ziemlich das ganze im Winter also ist ja auch scheißegal eigentlich äh wir haben mal einen Spiegel er ist ganz beschlagen man sieht überhaupt nichts äh ich hab hier noch Bandagen den Rucksack kann ich kann ich mehr wenden den Rucksack vielleicht keine Zeit für Experimente gibst du gleich mal Experimente du sollst den Rucksack da ich glaube nicht Gehört mir nicht Kindchen Gehört mir nicht okay gut dann geben wir das nicht wie komme ich an die Bandagen ran und an den Frosch ich glaube ich muss die Baderin ablenken aber wie lenke ich die Baderin ab Gehört mir nicht Kindchen ja ja fast schon er ist ganz beschlagen ok hier drinnen kann ich noch Dinge kaputt machen oder ganz machen je nachdem aber hier gibt's ja nichts was ich kaputt oder ganz machen könnte ihre Wunden kann ich nicht heilen ich frage sie mal vielleicht kann ich das auch noch vielleicht kann ich wieder mit dir reden äh du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen wa gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen Mädchen dreht ich glaube dir sowieso nicht ich kann ihm vertrauen ok sie darf sich immer noch nicht umgehen das war schon alles hm weil diese Muske gepackte Oma sie festhält na na hast du was zu sagen Steinfigur was ist das für eine Figur was ei das ist ein Frosch aus Stein Geschenk vom ehrenwerten Harm er sieht so echt aus als sei er verzaubert worden ei was teures Geschenk du weißt also von Gosfien kein Ampel dann lasse ich dich weiter aber lehne ok den Frosch können wir uns also trotzdem nicht holen da war doch noch was anderes Frosch 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 ne nur Frosch ach die Nuri lass mal weiter baden wenn dir das gefällt und ich versuche jetzt noch mal beim Gosfien einzusteigen der Jahre der will doch der wollte doch auch Informationen vielleicht wieder gefährliche Ware mein Freund damit habe ich nichts zu tun ok das ist ihm zu heiß ähm hätte ich dir auch besorgen können ja was du mir alles besorgen hättest können das ist ein Wunder ich versuche mal mein Glück mit warum sollte ich weil du es kannst keine Zeit für so ja ja habe ich mir gedacht ja ok dann gehen wir mal hier hinter und ich hoffe wieder schau es an alle bin schon ach ja schwarz ist so eine wunderschöne Farbe voller Farben das kann ich ja nicht mehr anklicken Heringe warte mal will der Fährmann ne der will doch kein Hasen der hier muss dir doch eine Überfahrt wert sein bekomme ich dafür eine überfahrt auch nicht aber auch so hoses kriegt in der Fischgelder das wird ihn kaum interessieren Warum ist das ein Eindorfisch? Okay. Ich tausche einfach unauffällig die Kübel aus. Das Unauffällige ist der Haken an der Sache. Wir müssen ihn irgendwie ablenken. Dazu werden wir wahrscheinlich einen Alkohol brauchen. Mir fällt dazu nichts ein. Kann ich vielleicht irgendwas hier kaputt machen? Nee, es ist nichts Auffälliges da, was man kaputt machen könnte. Dann versuche ich es nochmal beim Schiff. Okay, da ist jetzt... Klasse Plan, mein Freund. Klasse Plan. Was ist das denn? Nein, fliegen und etwas stehlen. Das Schiff scheint schon einige Kämpfe gesehen zu haben. Da ist ein Loch. Okay. Wir haben allerdings keinen Strick. Mein Arm ist zu kurz. Hier ist eine Frau am Boot. Da ist noch eine Frau. Oh, viele Frauen. Ich bin überfordert, es gibt da nicht. Wir stehlen uns ein Boot und... Lasst uns inzwischen hier. Ja, ja. Wir lassen uns inzwischen hier. Wir gehen mal zu den Wächtern, die haben uns verpugeln wollte. Hey, hey, hey. Immer langsam. Ich muss mit Harm sprechen. So, so. Komm mal her. Ah, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht, funktioniert nicht. Okay, bin sofort wieder da. Hm. Bei allen drei Obstungen würde uns den Kopf einschlagen, also gehen wir mal wieder. Das bringt an sich nichts zur Sache. Hier müsste auch was mit dem neuen Bereich anfangen können, den wir entdeckt haben. Ich kann ja auch nirgends weiter, ne? Nee. Einen großen Holzhammer willst du haben? Sag mal, hast du... Hast du sie noch alle offen? Wo soll ich jetzt den Holzhammer herkriegen? Hm. Ich werde ihn töten. Nicht sehr schlau. Kann ich eventuell... Ich könnte den Spiegel jetzt zerbrechen, bringt mir aber auch nicht viel. Dann müsste ich mich zum Nuri und müsste den wieder ganz machen. Ach, guck mal, ich kann mal den Hasen noch vielleicht... Ja. Jawoll. Boom. Boom. So. Dann nehme ich mir einfach mal jetzt so... Die Wasserflasche. Und jetzt geht's vielleicht. Dafür suche ich mir lieber einen anderen Behälter. Ich habe schon ohne diesen Schnaps beunruhigende Träume. Das gibt's doch echt nicht. Eimer. Dafür suche ich mir... Äh. Der will ein Gefäß, das man verschließen kann. Will aber auch nicht seinen Wasserschlauch nehmen. An das da oben komme ich anscheinend nicht ran. Ich weiß nicht einmal, wie man das anzündet. Was ich aber auch wundert ist, dass wir das Brett jetzt hier runter gemacht haben. Dass wir nicht wieder zurück machen können. Und da trotzdem nicht ran kommen. Handtuch. Unerreichbar. Wie soll ich da ran kommen? Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin doch nicht du. Da wird das Wasserfass eingeschlagen. Können wir da? Können wir da? Damit lässt sich das... Äh. Fehlt nur noch das... Ich muss es irgendwo hineinfüllen. Wo willst du es denn reinfüllen? Es gibt hier keine Gegenstände. Binden kriegt man noch. Kriegen wir vom Säufer vielleicht eine leere Flasche? Oder hat der hier eine leere Flasche für uns vielleicht? Der verkauft doch Brödel. Ja, ich brauche Brödel. Toll. Brauchst du was und bietet mir genau nichts an. Finde ich klasse. Bist ein echter Held. Uno Momento. Wir nehmen das Messer. Probieren nochmal die Bleine aufzuschnitzen. Für den ein oder anderen Gef... Tu, was du willst, Schlapphut. Hallo? Fest verknotet. Ja, Reg... Okay. Ach, jetzt liegt da auf einmal eine Brandweinflasche. Du trinkst besser nichts mehr. Flüps, genau. Okay, die Folge ist eigentlich schon vorbei. Aber wir gehen noch ganz kurz dahinter und machen das jetzt. Wie wir in der Folge überhaupt noch was geschafft haben. Nach der letzten 27 Minuten Folge ist das ja auch kein Ding mehr. So, wieder der schwarze Ladebildschirm. Da hat der Bildschirm, da hat der Bildschirm, da hat der Bildschirm. Na also, stimmt, nachdem Nuri mit dem geredet hat, hat er ja auch kurz zu trinken dann auf einmal. Derselbe Org-Schädel. Ja, ja, okay. Hoffentlich trinkt der Fehrmann das Zeug, nachdem er uns zum Feentor gebracht hat. Ja, das hoffe ich auch. Aber wir müssen ja vorher hier noch ein bisschen handeln. Vielleicht können wir der Frau ein bisschen von dem Brandwein geben, und dass sie das auf ihre Wunden macht zum Desinfizieren. Ich weiß nicht, ob Brandwein da genug Alkoholgehalt hat. Auf jeden Fall wird sie ein bisschen besoffen sein danach. So, brauchst du vielleicht ein bisschen Brandwein. Ihr ist keine gute Medizin, Kind. Interesse? Ihr ist keine gute Medizin, Kind. Schweig dich aus, du Narr. Okay. Äh, Quatsch, wir gehen nicht ohne Nuri. Die, das mal nicht bei diesem Schnöse. Nuri. Vollgemisch. Sag mal, Nuri. Moment, warte mal. Bin gleich zurück. Kann ich mit Schnösel reden? Schnösel? Was gibt es, Landre? Äh, ne, mit dem werde ich nicht reden. Der ist vollkommen fasziniert von Nuri. Dann nehmen wir Nuri. Sag mal, Nuri. Na, na. Nach draußen schicken. Jetzt reicht der. Mach es gut. Musst du et sie ihr, ja? Ja, ja, Bademeister, bla bla. So, tschüss ihr Lieben. Äh, Nuri redet mit dem da. Okay, ich hoffe, sieh noch danach. So. Fährmann. Wie wärst du mit Alk? Fährst du mich und meine Begleiterin für diesen Schnaps durch den Sumpf? Warte hier auf uns. Ich muss noch unseren Kompass besorgen. Bist du willst den Kompass holen? Bist du blöde? Sag mal, bist du blöde? Na okay, aber den Kompass besorgen wir uns aus der nächsten Folge, liebe Freunde. Und bis dahin, adios, meine Damen und Herren. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, euch gefallen, die Überfolgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.